Heute möchte ich mit euch darüber reden, warum ich mir in absehbarer Zeit nicht vorstellen kann, eine Drohne zu kaufen. Und gleich vorweg, ich bin den Dingern absolut nicht negativ eingestellt. Ja, hallo da draußen. Ich sagte ja schon, ich bin überhaupt nicht negativ einer Drohne eingestellt. Ich möchte aber auch nicht mich immer in der Grauzone bewegen. Und es gibt mittlerweile Gesetze und da gibt es nicht nur Grauzone, da gibt es mittlerweile ganz klare Vorgaben. Hier darfst du, hier darfst du nicht, das darfst du und das darfst du nicht. Es gibt da kein so, naja, wir drücken da mal ein Auge zu. Es gibt klare Vorgaben. Und für alle die, die schon eine Drohne haben, ich würde euch empfehlen, sich dran zu halten. Und da habe ich auch etwas entdeckt, das kennt vielleicht der ein oder andere Drohnenbesitzer nicht. Diese gute App gibt es für Android und natürlich iPhone. DFS Drohnen. Deutsche Flugsicherung. Eine Drohnen App. Und diese App, die zeigt euch, wo ihr fliegen dürft. In dem ihr nämlich seht, wo ihr seid und wo eventuell rot oder rosa ist. Und da gibt es einiges. Ehrlich gesagt, wenn man ein bisschen rauszoomt, dann wird es, ihr seht das jetzt glaube ich ganz gut, dann wird es richtig voll auf dieser App. Und das hat einen Grund. Und in Deutschland gibt es verdammt viele Naturschutzgebiete. Und dort dürft ihr nicht fliegen. Dummerweise sind das aber Gebiete, wo man gerne fliegen würde. Wo man tolle Bilder macht. Wo man ja auch hingeht, um selber Fotos zu machen oder zum Beispiel ein Video zu drehen. Bei mir wäre übrigens mal ganz klar zu sagen, es gibt ein Fototeil und ein Videoteil. Der Videoteil wäre fast ausschließlich für YouTube. Und wenn ich jetzt noch eine Drohne hätte, dann würde sich der Videoteil, also die Videoproduktion für ein Video bei mir, wenn ich zum Beispiel draußen irgendwo unterwegs bin, exorbitant vergrößern. Ich möchte ja Fotos machen. Ich möchte am Boden vielleicht das ein oder andere Video aufnehmen und dann auch noch eine Drohne fliegen lassen, damit das alles cool aussieht. Manche Leute machen das ja nur, damit ihre Videos cool werden. Das ist auch okay. Also ich finde die Videos ja auch cool. Aber ich habe die Zeit nicht dafür. Bei mir ist der Faktor Zeit ein ganz entscheidender Punkt. Ich ärgere mich zum Beispiel jetzt schon, dass ich an diesem Video schon viel zu lange bin, weil ich mich irgendwann immer so verplapper, dass es mich so aufregt, dass ich von vorne anfange. Hört sich blöd an, aber es ist wirklich so. Ich arbeite so. Ich bin so schneller, als wenn ich ein Script schreiben würde. Deswegen hat das seine Gründe. Manchmal geht das innerhalb von zwei Versuchen. Zack, fertig. Das letzte Video, letzte oder vorletzte Video war so. Zack, fertig. Ohne Probleme. Fototeilen. Da gibt es viele Fotografen, die haben sich so ein Ding gekauft oder wollen sich kaufen, weil eben viele Fotografen Bilder machen. Tolle Bilder. Aber eben auch hier gibt es die Regeln, weil es geht ja nicht nur ums Filmen, sondern es geht ums Fliegen. Und ob ich jetzt einen Film mache oder ein Bild, das ist vollkommen egal. Ich habe Bilder gesehen, wo ich mir gesagt habe, du musst ja die Drohne sehen. Also das ist Pflicht. Auch wenn der Sender dir das übermittelt, wieder auf dein Smartphone, du musst die Drohne sehen. Du musst ja wissen, was passiert. Ist irgendwas im Weg? Könnte ja auch sein. Übrigens bei Stromtrassen dürft ihr auch nicht fliegen. 100 Meter Entfernung. Ich habe aber Aufnahmen gesehen, wo ich ganz klar sagen kann, da war der liebe Fotograf unten im Nebel gestanden und er ist hochgeflogen durch den Nebel, weil er sich gedacht hat, da oben sehe ich, dass da Sonne ist. Das sieht bestimmt cool aus, wenn die Berge rausgucken. Ich bin unten im Nebel. Ja und die Drohne drüber. Darf ich nicht. Ist verboten. Gut, tolles Bild. Aber es gibt auch viele langweilige Bilder. Das übliche Bild senkrecht nach unten. Natürlich, mittlerweile können die Drohnen Panoramashots machen und Little Planet Aufnahmen, ganz automatisch sogar in der Drohne. Ist das toll? Ja, wenn man das das erste Mal gemacht hat, das zweite Mal gesehen hat. Wie ist es nach dem hundertsten Mal? Dann sagt man sich, okay, ich habe jetzt 100 Aufnahmen gesehen und nur drei waren gut. Zwei habe ich gerade gezeigt, drei waren gut. Der Rest war eigentlich, dass man dem Fotografen sagen müsste, du schmeißt das lieber in die Tonne. Gegen die anderen ist das scheiße. Darf man aber nicht. Also wenn die ganz B ist. Und genauso ist es wie die hundertste Aufnahme, senkrecht nach unten über Bäume. Klar, manchmal sieht das toll aus. Aber wenn das Bild dann nicht mal bearbeitet ist, wenn man so das Gefühl hat, beim größten Dreckswetter wurde jetzt diese Aufnahme gemacht, weil es gerade eben sich angeboten hat. Ja, und dann haben wir ja noch ein Problem. Wir kennen ja gar nicht das Bild, was wir von da oben machen können. Wir müssen also auch wieder auf das Display gucken. Ah ja, okay, noch ein bisschen nach links drehen, nach rechts drehen, nach oben drehen, nach vorwärts, rückwärts, seitwärts, bis ich wirklich ein gutes Bild habe. Wenn ich, ich habe jetzt hier keine Kamera, wenn ich jetzt hier eine Kamera habe und sage, das ist genau das, was ich fotografieren will. Zack, hoch, scharf stellen, machen. Ja, mit einer Drohne geht das nicht. Mit der Drohne muss ich ja erst mal mir einen Überblick verschaffen. Geht das? Und das ist halt auch so ein Problem. Es kostet extrem viel Zeit. Und es gibt natürlich Leute, die sagen, ich gehe nur mit der Drohne raus. Und dann ist man mit der Drohne unterwegs und könnte was ganz anderes fotografieren. Also hat man beides dabei. Und ich finde, sich auf zwei Sachen intensiv und gut konzentrieren zu können, ist nicht einfach. Und deswegen ist es auch für mich ein Entscheidungsgrund gewesen, zu sagen, nein. Nein, ich mache es nicht. Ein Ort, wo ich übrigens gerne Aufnahmen machen würde, das ist in Frankreich. Das ist der Westen. Da, wo ich in meinem Urlaub bin. Da, wo ich auch im Urlaub durch vier Videos, glaube ich, aufgenommen habe oder sogar fünf. Da mal so ein bisschen an der Küste entlang fliegen, den Wellen, den Surfern zugucken und, und, und. Das wäre toll. Das ist aber Frankreich. Was haben die denn für Gesetze? Zählt meine deutsche Versicherung auch in Frankreich? Darf ich das als Deutscher? Weiß ich denn, wo ich überhaupt fliegen darf? Diese deutsche App, gibt es das auch in Frankreich? Wisst ihr, wo ein Militärgebiet ist? Ich habe mal in La Rochelle auf dem Bahnhof ein Foto gemacht. Hi, war da die Hölle los. Das darf ich gar nicht. Da hat nämlich sofort einer gesagt, haben Sie eine Genehmigung? Nein, raus hier. Sie dürfen hier keine Fotos machen. Ich musste die Fotos nicht löschen. Ich habe das Bild. Aber ich darf hier keine Fotos machen. Das ist übrigens, glaube ich, auf deutschen Bahnhöfen auch so. Professionelle Fotos dürft ihr da nicht machen. Das müsst ihr anmelden. Also so ein Modelshooting, das darf man nicht einfach. Ach, das ist Deutsche Bahn. Und die wollen das wissen und genehmigen. Und in Frankreich? Keine Ahnung. Aber da würde es mich interessieren. Ach, Meer, Sonnenuntergang. Wow, wäre doch toll. Nein, kann ich nicht. Darf ich nicht, beziehungsweise weiß ich nicht. Ich habe ja schon gesagt, Versicherung. Für die Leute, die eine Drohne haben, fragt bei eurer Versicherung nach. Wie ist das eigentlich, wenn ich aus Versehen, dank der App wisst ihr aber, wo ihr fliegen dürft und wo nicht, wenn ich aus Versehen doch wo fliege, wo ich gar nicht hätte fliegen dürfen. Und da passiert was. Zahlt ihr das auch? Bei grober Fahrlässigkeit, und das könnte man fast dann auch mal euch entgegenhalten, das war fahrlässig, sie haben die App drauf, sie hätten nachgucken können. Unwissenheit schützt ja bekanntlich vor Strafe nicht. Zahlen wir nicht. Und dann kann es richtig teuer werden. Das könnt ihr euch denken. Eine Autoscheibe kaputt zu machen, einen Lack zu verkratzen, einen Dachziegel kaputt zu schlagen, weil das Ding aus 100 Meter Höhe runterkracht. Das ist eine Sache. Einen Menschen zu verletzen, kann richtig teuer werden, auch in Deutschland mittlerweile. Auge kaputt und so weiter, weil der Rotor sich da, der guckt hin und der Rotor knallt ins Auge. Wird richtig teuer. Zahlt da eure Versicherung? Fragt das mal. Also das sind alles so Gedanken, die halt bei mir durch den Kopf gehen mittlerweile. Und deswegen halte ich davon Abstand. Ich bleibe auf dem Boden, ich mache meine Bilder wie gewohnt, und das mache ich glaube ich ganz gut. Und sollte ich mir eine kaufen, habe ich mich auf jeden Fall hier schon mal mehr darauf vorbereitet. Und natürlich liegt es auch ein bisschen am Alter, dass man dann so ein bisschen vielleicht nicht so draufgängerisch unterwegs ist und man macht dann wirklich damit das Richtige. Und wenn ich weiß, ich darf, dann ist das okay. Aber wo ich nicht darf, dann würde ich auch nicht fliegen. Übrigens noch eine Anmerkung zum Schluss. In Deutschland ist dieses Problem so hochgekocht worden, dass es Berichte gab, dass wirklich die alte Oma auf dem Feld gesagt hat, zu einem, der wusste, dass er hier fliegen darf, der auch einen Drohnenführerschein gemacht hat, weil er Profi ist, du darfst hier nicht fliegen, ich hole die Polizei. Und wenn ihr dann die Polizei am Wickel habt und sagt, hey Leute, ich kenne mich wirklich aus, ich darf hier fliegen, ich weiß nicht, was die will, hier ist überhaupt kein Haus, keine Person, die ich in irgendeiner Form ausspionieren könne. Es kann trotzdem sein, dass der Ärger dann einfach größer ist, der Moment ist weg für eure Aufnahmen, ihr habt Zeit und Geld verloren. Also in Deutschland ist es ganz, ganz schwierig geworden. Für die Leute übrigens, die sagen, juckt mich doch alles nicht. Den Gedanken habe ich vergessen. Ich bin sicher, dass irgendwann ein Rechtsanwalt auf die Idee kommt, sich Videos und Bilder von Drohnen anzugucken. und wenn der rauskriegt, dass ihr wo geflogen seid, wo ihr nicht hättet fliegen dürfen, dann gibt es bestimmt eine Abmahnung. Und die kostet Geld, weil Anwälte damit, ihr wisst das, mit Abmahnungen ganz gut, ganz viel Geld verdienen können. Das mal nur so am Rande. Ich hoffe, ich habe euch die Lust nicht an Drohnenaufnahmen verdorben, an der eigenen Drohne, aber drüber nachdenken, hat ja bekanntlich noch nie geschadet. Das war es jetzt für dieses Video. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Also meine Gedanken konntet ihr folgen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Sven. Tschüss.